Die bei uns verbreitetsten Kamillenarten sind die echte Kamille, die strahlenlose Kamille, die Ackerhundskamille, sowie die geruchlose Kamille und auch die römische Kamille. Obwohl sie alle den Namen Kamille tragen, gehören sie vielfach doch zu unterschiedlichen Gattungen. So zählt man botanisch die echte und die strahlenlose Kamille zur botanischen Gattung Matricaria, die Ackerhundskamille zur Gattung Anthemis, die geruchlose Kamille zur Gattung Tripleuruspermum und die römische Kamille zählt mittlerweile zur Gattung Thanacetum, zu der übrigens auch der Rheinfahrn gehört. Diese Pflanzen sehen sich alle sehr ähnlich, daher wurden sie mit Volksnamen eben einfach als Kamillen bezeichnet. Der Botaniker sieht das aber anders, weil es eben botanisch deutliche Unterschiede gibt, die eine Einordnung in eine einzige Gattung nicht gestattet. Bevor wir zur echten Kamille kommen, zeige ich euch vier andere Arten. Die römische Kamille wird auch Mutterkraut genannt. Sie hat Heilwirkung bei Frauenleiden und man verwendete sie früher als Abtreibungsmittel. Sie ist auch leicht giftig. Bei Berührung kann es zu Allergien kommen. Das zerkleinerte Kraut kann man zur Insektenvernichtung verwenden, die in der Pflanze enthaltenen Pyretrine wirken als Kontaktgift. Die römische Kamille duftet aromatisch und stammt ursprünglich aus Südosteuropa. Heute ist sie in Europa, in Nordamerika und sogar in Australien zu finden. Die Ackerhundskamille ist ziemlich häufig. Sie zeigt eine Übersäuerung des Bodens an und wächst an Wegen und Ackerrändern. Sie riecht kaum im Gegensatz zur echten Kamille, mit der man sie leicht verwechseln kann. Auch die geruchlose Kamille ist mit der echten Kamille leicht zu verwechseln. Aber hier gibt es einen Trick. Man schneidet die Blüte auf. So ist die echte Kamille in hohl, geruchlose Kamille und Ackerhundskamille nicht. Die geruchlose Kamille riecht auch nicht, wie der Name schon sagt. Diese Art, man nennt sie übrigens auch falsche Kamille, wächst auf Schuttplätzen, an Straßenrändern und auf Äckern, wo sie oft starke Verbreitung findet. Sie benötigt nährstoffreiche, aber kalkarme Böden. Die strahlenlose Kamille besitzt keine Zungenblüten, wie der Name schon sagt. Riecht aber aromatisch. Ursprünglich stammt sie aus Nordostasien und Nordamerika. In Europa fand sie ca. 1850 Einzug. Sie duftet zwar, aufgrund der enthaltenen ätherischen Öle, aber es fehlt ihr an Heilwirkung der echten Kamille, weil sie keinen Schammazolen enthält. Die strahlenlose Kamille ist gewöhnlich kleiner als ihre echte Schwester. Kommen wir nun zur echten Kamille. Und das weiß wohl jeder, die echte Kamille ist eine sehr wertvolle Heilpflanze. Man findet sie fast in ganz Europa, auf Brachland, auf Äckern und Schuttplätzen. Die Blütezeit ist Mai bis August. Die echte Kamille ist einjährig. Die Früchte sind übrigens winzig klein und 20.000 Samen wiegen gerade mal ein Gramm. Als Heilpflanze hilft die echte Kamille bei Magenbeschwerden, bei Entzündungen, auch bei chronischen Entzündungen der Magenschleimhaut und sogar bei Magengeschwüren. Bei nervösen Magenbeschwerden empfiehlt sich eine Mischung gleicher Anteile von der Kamille und Melisse. Selbst Bakteriengifte kann die Kamille nahezu unschädlich machen. Aber nicht nur innerlich kann die echte Kamille verwendet werden. Auch äußerlich hat sie Heilkraft. So wirkt sie entzündungswidrig, auch bei schlecht heilenden Wunden. Bäder und Umschläge kann man mit der echten Kamille machen und auch Pilzerkrankungen können mit ihr behandelt werden. Dampfbäder helfen bei chronischer Erkältung und Schleimhautentzündung von Nase und Rachen und auch bei Entzündungen der Nebenhüllen. Kamillenblüten kann man natürlich in Apotheken, Reformhäusern und Bioläden kaufen. Oder man sammelt selbst. Hier gibt es aber einige Regeln zu beachten, weil die Kamillenblüten recht empfindlich sind. Gesammelt werden die Blütenköpfe und zwar am besten am dritten bis fünften Tag nach dem Aufblühen. Dann enthalten die Blüten die meisten Wirkstoffe. Die Blüten muss man an einem luftigen Ort trocknen und nicht bei Temperaturen über 45 Grad. Will man die echte Kamille als Badezusatz verwenden, sammelt man die gesamte Pflanze und hängt sie zum Trocknen auf. Die wichtigsten Inhaltsstoffe sind das ätherische Öl. Ein Bestandteil davon ist das Schamazulen, das eine blaue Farbe hat. Weitere Inhaltsstoffe sind Flavonoide und Kumarine. Aber erst das gemeinsame Wechselspiel der einzelnen Bestandteile ist verantwortlich für die ausgezeichnete Heilwirkung. Echte Kamille ist natürlich ungiftig, bei richtiger Dosierung. Man sollte den Tee daher nur bei Bedarf trinken und nicht grundsätzlich und das vielleicht noch über Jahre. Da kann es dann, wenn auch selten, zu Unruhe, Bindehautentzündungen und Schwindel kommen.